Die Mann, nehmen Sie den Autofonnel, das kostet nichts, das Verpflichtung zu nehmen. Hier allein in der Welt mit einer 600 Kubikzentimeter Indien-Scout, ein seitengesteuertes Motorrad von 1928 in 6 Meter Höhe. Er wird Sie überraschen mit einer 350er Weltbeste Motorradartist an der Stahlwahl. Mit einer atemmordenden Akrobatik auf 750 Kubikzentimeter Indien von England. Luftbox, die drei Monterellos als einzige Truppe in der Welt zur Autor des Pyramidus, ein gewagtes Überholung- und Verfolgungsring auf engstem Raum mit drei Maschinen, sowie das nur liebst und das ist einmalig eröffnet. Diese Frau, stehend auf dem Auto in 6 Meter Höhe, eine kurze Zuschauer vorbei, Feri, Herr Wörm, möchten Sie es, die Mannschaft in Gang, wir bieten schon, die Truppe zieht sich zurück in die Arena mit verriegelt. Das heißt, drei Minuten bis zum Start, drei Minuten bis zum Anfang. Linkseite der Aufgang, dort die Klammern mögen auch zur Wattensiebung. Auf geht's! Ein super Programm gegen Akten. Wie sehr es noch nicht, spannender, segender oder nicht, oder bekommender.